VertiClub 2019, einer von 1100 Wahnsinn, nämlich Bernd Kreinbucher begrüßt Sie recht herzlich von der Rasmus-Leuten. In exakt zwei Minuten und 30 geht's los für die 2019-Edition und hundertprozentig bin ich mir nicht sicher, ob ich lachen oder weinen soll. Ich hoffe, ihr daheim vor dem Fernseher habt es ein bisserl feiner, wie 1060 Beinpaare in wenigen Augenblicken. Wir freuen uns und bitte bleiben Sie dran! Der Tiroler Trachtenverein schießt! So, Oberhausberg. Die Männer neben mir machen einen unheimlich fokussierten Eindruck. Wie ist das Werte Wohlbefinden? Sehr gut! Sehr gut! Auf geht's! Wo bist du her? Wiebtoll! Wie geht's? Gut! Wer bist du? Ups, André! André! Servus! Hab ich die Ehre? Was mir Sorgen macht, ist, du schnaufst signifikant weniger als ich. Warum? Wenn du nebenbei die ganze Zeit redest. Glaubt mir nicht! Steißter Teil! Mausefalle! Direkt unterm Wipp-Bereich! Ohne Spikes! Chancenlos! Bravo, meine Herren! Schneller, oder? Da drüben absolutes Blankheiß! Und jetzt auf! Wir haben hier eine großartige Stimmung! Wir haben hier eine großartige Stimmung! Patrick Fagini! Patrick Fagini! Patrick Fagini! Alexander Fagini! Alexander Fagini! Alexander Fagini! Jawohl! So! Das sind jetzt die letzten Meter. Der Schliessmuskel funktioniert nicht mehr. Und auch der Verstand ist endgültig erledigt. Die Schlacht am Hahnenkamm ist geschlagen. Urzeit schätzungsweise mittlerweile 23 Uhr. Wir stehen unweit der Hahnenkamm-Bann-Talstation. Viele, viele Teilnehmer des diesjährigen Vertical Ups verlassen, den Kongress verlassen, das K3. What a show it was! Unglaublich! 1060 beziehungsweise roundabout 1000 beziehungsweise 1100 Starterinnen und Starter an der Startlinie. Die Bilder, sie werden ein ganzes Jahr nachschwingen, bevor es 2020 wieder heißt. It's time for Vertical Up 2020! Das Leiden hat einen Namen! Heuer haben wir tatsächlich das erste Mal versucht, auch direkt von der Streif die Emotionen einzufangen. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Ihr habt eine Freude gehabt mit dem Bericht und wir sehen uns vielleicht sogar nächstes Jahr an der Startlinie, weil der ein oder andere möglicherweise, ich kann es mir zwar nicht vorstellen bei diesen Bildern, aber trotzdem auf den Geschmack gekommen ist. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut und möglicherweise sehen wir uns nächstes Jahr an der Startlinie beim Vertical Up 2020.